Ich möchte ein bisschen Puzzle bauen. Das sind ja im Puzzle und ist wirklich so, dass man die Welt kleiner macht. Sie ist so groß und in dieser großen Welt kannst du nichts. Du bist nichts. Du wirst weder gesehen oder wahrgenommen oder sonst irgendwas. Eigentlich ist es ohne Scheiß egal, wie es dir geht. Und genau das macht es wahnsinnig furchtlos und ohnmächtig. Weil du unbedingt schreiben willst. Hey, mich gibt es auch noch. Könntest du es bitte immer mir sehen? Eigentlich ist es furchtbar egoistisch. Ja, auf jeden Fall verengen wir das Buch mal wieder. Und wir bauen miteinander ein neues Puzzle. Ähm, ja. Meine ganzen Puzzle sind immer noch gepackt. Also nicht, dass ich es nicht, ob sie es nicht machen würde. Man würde ja nicht, dass ich Teile verliere. Und Teile verliere. Aber der Umzug nicht drauf schaut, dass die Teile nicht auszufangen können. Das ganze heißt nächtliche Besucher. Nighttime Visitors. Ist aus dem Jahr 2014. Das ist eigentlich so noch. Oh, never buy mhs. The British as Contrast City of MGL. Keine Ahnung was das was denn sagt. Das hat wieder 1000 Teile. Also manchmal steht da ja andere Zahl drauf. Das finde ich viel spannend, wenn da 1000 Teile stehen. Aber super. Und so. So. Und dann bauen wir es mal aus. Ich glaube ich habe es erst einmal gebaut. Weil es im Jahr 2014 ist. Irgendwann zum Geburtstag oder zum Weihnachten geschenkt gekriegt. Das blöde ist Geburtstag und Weihnachten. Und es ist bei mir so nett beieinander, dass es tatsächlich immer verwechselt. Und wenn ich den Geburtstag oder zu Weihnachten gekriegt habe. Das ist für mich irgendwie nicht selber. Ich hätte es mir nicht ausgesucht. Aber das erste Mal gebaut habe ich mir gedacht. Wow. Das ist vollends schlecht. Das hat ganz viele nette Sachen. Und es ist trotzdem irgendwie fantasievoll. Und es hat ganz viele Elemente an. Es hat Tiere. Es hat Pflanzen. Es hat Landschaften. Und es hat irgendwie andere Strukturen. Und es ist ja wirklich lustig. Die kommen da aus dem Bild raus. Und gehen und trinken Wasser da. Na schön. Vielleicht sortieren sie halt wieder mal aus. Einfach weil man diese in der Reiche aufgelandert. Aber ganz gut auseinander sortiert. Und da kann man es wirklich bereich in der Reiche bauen. So hat man immer das Gefühl so ein bisschen. Rand. Die mit den weißen Bildräumen. Die mit den weißen Bildräumen. Man wird schnell Sachen einfach weiß nicht. Schnell zusammenbauen. Ohne das. Das äußere und das innere Bild sozusagen. Mal schauen, ob ich das überhaupt auseinander sortiert kriege. Aber ich glaube. Das Rot vom Buch kann ich auf jeden Fall mal auf die Seiten legen. Und natürlich auch die vielen grünen Teile. Die so aus Hintergrund da sind. Die kann man da auch so ein bisschen zusammenlegen. So. Und natürlich auch da. Da haben die Handteile aber trotzdem separat. Und das ist halt auch so der Bildräumen auf der einen Seite. Und das ist aber auch noch auf der anderen Seite. Der ist einfach so. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 voice fromокойt aftertitelung des ZDF, 2020 untertitelung des ZDF, 2020 also das Motiv ist recht schön, auch relativ einfach zum Bauen also wie das erste mal gebaut habe, habe ich mir gedacht ich hätte mir nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht weil wirklich, also das habe ich mir nicht selber ausgesucht das habe ich geschenkt gekriegt und bei solchen Sachen denke ich mir aber nicht also ich habe es mir nicht selber ausgesucht aber das Bauen macht echt Spaß also guter Geschmack im Aussuchen ok, damit würde ich sagen auf zum nächsten Happy Hobby allerseits und tschüss, bis zum nächsten Video